Hallo und willkommen zu einem neuen Part Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben mit dem Dream Team hier und heute waren wir auf den auffälligsten Ort gehend in ganz Wutai. Das müsste dann eigentlich dieses Beerkgebilde sein und da stehen sie auch schon beide. Endlich bis hier, wir werden uns aufteilen. Tu was du willst. Keine Angst, wir werden demnächst nichts tun, Michelle. Moment. Okay. Was ist hier? Oh, warte, Knopf. Mach keinen Blödsinn. Dir ist klar, dass der Feind nicht auf uns wartet, oder? Ähm, oh. Weiß ich doch. Aber ich muss hier lang. Lauf. So, jetzt hier runter. Ha, das war sogar richtig. Muhahaha. Lass mich gehen. Hm, lecker fabelhaft. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Hm. Was nun? Hm, hm, hm. Soll ich mit ihr gehen? Hey, ich gehöre zu den Turks. Glaub mir leider nicht, dass du dir sowas leisten kannst. Oder vielleicht mit ihr? Oder vielleicht mit ihr? Oh, sie ist ganz. Oh, sie ist ganz schön knackig. Hm, hm, hm. Hm, hm. Okay, das reicht. Puh. Was geht hier vor? Was ist da? Oh, mein Tolle. Lange nicht gesehen. Sag nicht, du hast vergessen. Vielleicht erzählt... Vielleicht erzählt Gott einen hässlichen... Wie dir. Aber nicht. Ich sicher nicht. Du verdammte Midgarer Hyäne. Soll ich stillt. Keiner von euch weiß, wie sehr ich zu dem gelitten habe. Es ist eine lange Geschichte, aber... Er hat gelitten und alle gekämpft. Ist mir völlig egal. Du lässt dich zwei Mädchen laufen oder ich brech dir den Arm. Und ich hab... ...einen rauen Hals. Ich bin alt. Hm, euch ist es ernst. Gut, gut. Ich kann mir Späßchen auch nicht leisten. Warum hast du dir meinen kleinen Raps... Warum hast du meinen kleinen Raps getötet? Ich werde mit meinem neuen Hals hier spielen. Da gehört die Mädchen beim... ...meine Suche nach meiner Braut in die Quere. Raps, hierher. Ich glaube mal ein Safeset gesetzt war. So, und das ist der neue Raps. Raps ist... Raps ist sehr rapsig, weil Raps macht Aero 3. Und Aero 3 ist nicht gut für Raps. Geschweige denn für, äh... ...unds. Weil Aero 3, ja... Komm schon. Wir haben ja nur noch Heitränke. Die eigentlich, äh... Ja, das fährt 6000, glaube ich, müsste das hier haben. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Scheiße. Naja, der Bosskampf ist jetzt nicht so groß, dass ich sagen muss... Oh mein Gott, der ist so groß. Aber... Er ist halt ein Boss. Und Bosse sollte man nicht unterschätzen. Und ich hab immer noch ein... ...komisches... ...kratzen im Hals. Nincin, nincin... Ninn, 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 ninnh, ninnn... Eh preach. żöööööö,iler! Ja, das war dann auch... ...der Dollar. Tiedchööööö!! Bringen bitte nicht um! Danke. Dann schmeiß mal selbst in Íselmeck,萊tvänen. Aber... ...derüne Phoenix werdet� jetzt auch Ihnen. Und... mir schon ich habe mal mehr als 6.000 das ist auch wieder ein sehr langer Bus kommt wie ich weiß die Mühne Mühne Na 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 naaa! So hat man's mal mit. Ja, eine AP-Bombe sowieso nicht. Schick, schick, Friedensring. War ja nicht doll. Halt! Wartet Maul! Halt's Maul! Helfest du, was dauert nicht lange. Darum sollte ich... sollte ein böser Kerl wie ich sein Stolz bezwingen und seine Gnade... um Gnade betteln. Ähm... ...weil siegreich ist. Hm, richtig! Ah, ja! Das macht mich wahnsinnig! Wenn ich diesen Knopf drücke, fallen sie kopfunter und dann gibt es Tomatensaft! Mist! So lebt da so ein Verlierer. Verdammt, verdammt der miese Drecksack! Sag jetzt immer. Ha, ha, ha! Ich werd schon jetzt lachen. Nein, das werden wir. Puh, ha, ha! Was geht hier vor? Wer ist da? Die Turks. Bewusst ist, dass das passieren würde. Von dem Moment an, als du das Geheimnis verraten hast. Wenn um uns um mich kümmern. Persönlich! Mist! Da kommen sie mir... Kommen sie alle mit mir! Gutes Timing, Root! Ah, ah! Gutes Timing, Root! Ähm... ...und ich hab's mit dem Typen zusammengetan, um sich zu erwischen. Weil wir bereint sind zu sterben, weil wir siegessicher sind und weil wir keine Ahnung haben. Zwei! Nummer zwei! Ähm... Ganz falsch. Nein, warte! Ah! 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 Puh! Na? Die richtige Antwort ist... Weil das euer Job ist. Boah, ist die cool. Oh, vielen Dank! Ich hätte nie erwartet, dass du mir zu Hilfe kommen würdest. Elena, sei nicht so schwäch... Sei nicht so ein Schwächling. Du bist ein Turk. Ja... Ich hätte dir nie gedacht, dass du uns zu Hilfe kommen würdest. Hm... Oh, mein Handy. Ich muss richtig tun. Ja, das ist Reno. Ja... Ja... Ich kümmere mich sofort herum. War das die Filme? Ding der Blubberkopf. Ja, sie wollen, dass wir Dolle suchen. Ähm... Sind wir... Ähm... Sind wir... Nein... Heute sind wir nicht im Dienst. Hey, lass es mir völlig egal. Lasst... ...mich... ...run... ...där... ... Ehm... Puh, perfekt, jetzt sind die Substanzen wieder an ihrem richtigen Ort. Hey, die Platzierung ist total durcheinander. Hä? Oh, das ist schon in Ordnung. Sei nicht zu übergenau. Sowieso, das war knapp. Nein, normalerweise würde ich die verprügeln. Krach, klatsch! Mann, warum war ich denn da, wenn man so... Äh! Okay. Zirko-Neo ist echt lächelig. Lever habe ich es mit meinem Vater zu tun, als mit dem Typen. Übrigens, einer von diesen Typen, von denen die Turks sind, gut, oder? Oder? Ehrlichens haben sie nach alledem die Substanzen wiederbekommen. Jetzt kommt schon alle, lass uns unsere Reise fortsetzen. Hey, w-w-warte! Oh, in Ordnung, hier, ich gebe es auch euch. Ich gebe es euch. Hier, guck, guck! Wir müssen uns MP-Absolbierung erhalten. Hm? Kommt, wartet! Egal, was ihr sagt, ich komme mit euch. Nächstes Mal. Guck mal, das ist im Hals. Nein, wir gehen mal rein. Ähm, habe ich jetzt so viel bei uns? Nein. Nein, Glück auch. Ähm, die Platzierung ist durcheinander. Was heißt denn, die Platzierung ist durcheinander? Werfen, Titan, Shiva, Ramo, Erkennt, Zerstören? Todeschlag. Manipulieren, Feindeskön, Ifrit. Alle, wie herstellen, alle... Oh, wie doof ist das denn? Gegen ihre Fernwürgung, alle Zeit, alle... Alle Feuer, wie herstellen. Ach, ich bin mir leid, dass ich mich heute bis in den Elften mal raus bin. Ähm, ganz schön doof eigentlich, wenn man sich mal überlegt. Die, das ist ganz schön doof. Ähm, ich kaufe sonst was. Hallo, willkommen! Man soll das heißen schmieden, solange es heiß ist. Hier habe ich die besten Klingen direkt aus dem Brennofen. Kaufen! Mura Samu. Was haben einen da eigentlich? Dann Kettensäge nehmen wir. Schlaglanze nehmen wir. Ähm, lass uns mal belegen. Ähm... Kurzlauf... Nee... Ihr braucht es sowieso nicht, aber... Na, wo? Ja, so geht das. Und ich muss mich immer noch heiß bennen. Tut mir echt leid, den letzten Mal. Michelle hat mir gesagt, dass ich euch nichts verkaufen soll. Jo. Ähm, so... Ausrüstung... Yoshiuki hab ich ja... Ah, ich stelle ja nicht. Der, der, der... Ja. Yoshiuki. Vulkanwaffe. Ähm, da werden wir dann mal die Kettensäge ansetzen. Und... Ähm, du kriegst die Schlaglanze. Äh, und ja. Hätte sie uns nicht wenigstens die Substanz wiedergeben können. Hätte sie machen können. So. Das war's jetzt mal. Dann will ich jetzt speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Das ist wieder als Let's Play Final Fantasy VII. Und es ist ein Bescheidig. Viel Spaß. Du bist... Vist du bist... Der, der sei прошst. Ich hoffe so. Alsbrephere.